Identitäten der gegenseitig verständlichen Sprachen, kroatischen und serbischen Auf YouTube können wir einige attraktive englischsprachige Videos finden, in denen kroatisch und serbisch mit einem gemeinsamen Namen genannt werden, serbo-kroatisch oder als dieselbe Sprache angesehen werden. In diesen Videos läuft alles auf eine oberflächliche Argumentation hinaus, die der Wahrheit entspricht. Kroatisch und serbischsprachige Menschen können sich nach dieser Argumentation in ihren Standardsprachen verständigen. Wenn sie sich mit dem Inhalt dieses Videos vertraut machen, wird es ihnen leichter fallen, mit Serben und Kroaten zu kommunizieren, und sie werden auch die Südosteuropa besser verstehen. In diesem Video erklären wir, wie kroatisch und serbisch im Laufe der Geschichte so weit gekommen sind, dass sich Sprecher beider Sprachen verstehen können. Wir werden Argumente vorbringen, aus denen folgt, dass es sich nicht um dieselbe Sprache handelt. Zu Beginn können wir sagen, dass die kroatische und die serbische Sprache keinen gemeinsamen Shakespeare haben, oder mit anderen Worten, der literarische Korpus dieser Sprachen wurde während ihrer getrennten Entwicklungen geschaffen. Ein deutlicher Hinweis der kroatischen kulturellen und sprachlichen Kontinuität zeigt sich im Falle des literarischen Kanons, sowie in Fachpublikationen verschiedener Autoren. Im Falle des amerikanischen Englisch ist die amerikanische Literatur ohne den englischen und insbesondere den britischen englischen Einfluss unmöglich zu erdenken. Hermann Melvilles' Werk Moby Dick ist stark von der Shakespeare-Lektüre des Autors beeinflusst, auch das Gesamtwerk von William Faulkner zeigt den starken Einfluss von Shakespeare, sowie die britischen Autoren Keats, Joseph Conrad und James Joyce. Ebenso ist die kroatische Literatur von der Romantik bis zur Postmoderne ohne das kroatische Spracherbe von der Renaissance bis zum Barock und Klassizismus nicht denkbar lexikalisch, stilistisch, phraseologisch, ein Indikator für sprachliche und kulturelle Kontinuität etwas, was in der serbischsprachigen Literatur völlig fehlt. Der kroatische Dichter, Philologe und Politiker des 19. Jahrhunderts Jivan Majur Anic ergänzte und schrieb zwei fehlende Kapitel aus dem Gedicht Osman des Barockmeisters Jivan Gundulic. Das Meisterwerk von Meroslav Kareza aus dem 20. Jahrhundert Ballade von Petrika Kerempu basiert unter anderem auf dem Wörterbuch des kroatischen Lexikografen Bellostenetz aus dem 18. Jahrhundert. Der umfangreiche, sprachlich brillante und erfinderische Roman Marien des kroatischen Dichters, Schriftstellers und Kritikers Luca Luca Paluetak, der das Leben des größten kroatischen Renaissance-Schriftstellers Marien Derzic aus Dubrovnik darstellt, enthält direkte Redewendungen und Phrasendricks aus der Renaissance in einem Werk, welches im 21. Jahrhundert veröffentlicht wurde. Wie wir auf dem Bildschirm erkennen können, begannen kroatische Philologen innerhalb der kroatischen, ehemals jugoslawischen, Akademie der Wissenschaften und Künste in den 1870er Jahren, kritische Ausgaben von Autoren des Mittelalters, der Renaissance, des Barock und des Klassizismus, die in allen kroatischen Dialekten schrieben, in einer speziellen Reihe mit dem Titel, alte kroatische Schriftsteller, zu veröffentlichen, was die Texte von Autoren aus dem 15. bis frühen 19. Jahrhundert sind. Es ist unnötig zu sagen, dass es unter den Serben kein ähnliches Unterfangen gab, außer in wenigen Randfällen als serbische Literaturhistoriker explizit versuchten, sich das kroatische und insbesondere das literarische Erbe der Renaissance und des Barock von Dubrovnik anzueignen. Es ist absurd, auch nur zu denken, dass eine kulturell östlich-orthodoxe Nation wie die serbische, in seinem Sprachkanon deutlich westliche Literaturepochen wie Renaissance und Barock besitzen könnte. Das Theaterstück von Marien Derzisch wurde zum ersten Mal in Serbien vom kroatischen Theater aus der nordserbischen Provinz Vujvodina, erst im Jahr 1946 aufgeführt. Kurz gesagt, die kroatische Literatur und Kultur im Allgemeinen, von der Romantik bis zur Postmoderne, umfasste das frühere, mittelalterliche, Renaissance, barocke und klassizistische kroatische Spracherbe thematisch, sowie in Wortschatz, Phraseologie, höherer Syntax und Stilistik. Während es im Falle der Literatur in serbischer Sprache keine sprachliche oder kulturelle Kontinuität mit diesen Perioden gibt, nur absurde Versuche kultureller Aneignung. Die Serben übersetzen ihre Literatur aus dem 13. bis 17. und teilweise aus dem 18. Jahrhundert ins moderne Serbisch. Die Korten wenden diese Praxis ausnahmsweise in Fällen an, in denen der Text schwer verständlich ist, und in Serbien ist es die Regel. Also im serbischen Fall ist es der serbischen Öffentlichkeit nicht bekannt, wie die serbische Sprache über fünf Jahrhunderte hinweg aussah. Auf diesem Bild können wir die Bücher sehen, die ins moderne Serbisch übersetzt wurden. Dieses Problem bezüglich der kroatischen und der serbischen Sprache ist nicht harmlos. Aufgrund der irrtümlichen Annahmen, dass diese beiden unterschiedlichen Sprachen dieselbe sind, und dass Kroaten und Serben dasselbe zweistämmige Volk mit unterschiedlichen Namen sind, entstand eine umstrittene jugoslawische Ideologie. Es war die Idee der österreichisch-ungarischen Kroaten mit Unterstützung der katholischen Kirche und manchmal sogar der Montenegrena. Dann kam die Eskalation der Spannungen und der Ausbruch der Gewalt im ersten Jugoslawien, das 1918 entstand, dann auch im Zweiten Weltkrieg und während des Zerfalls Jugoslawiens im Heimatkrieg in Kroatien in den 1990er Jahren. Diese kroatische jugoslawische Ideologie muss von der Groß-Serbien-Ideologie, die im 19. Jahrhundert entstand, unterschieden werden. In beiden Jugoslawien sorgte die Frage der kroatischen und der serbischen Sprache für ständige Spannungen und diese Situation hielt auch an, nachdem Serbien und Kroatien unabhängige Staaten wurden. Die Groß-Serbische Ideologie basiert auf der Annahme, dass die beiden Sprachen dieselbe Sprache sind, und nach diesem pseudolinguistischen Kriterium, wollen die Ideologie und die Politik Groß-Serbiens auch kroatische und bosnische Gebiete erobern. Während des letzten Krieges in den 90er Jahren, zerstörten die Serben das kroatische Kulturerbe, von dem sie behaupteten, es sei Serbisch, dem Grundsatz folgend, dass einer der kroatischen Dialekte, Stukavisch, im Wesentlichen Serbisch ist, sodass ihrer Meinung nach die Kroaten, die diesen Dialekt sprechen, Serben waren und das Gebiet, in dem sie lebten, ein ethnisch-serbisches Gebiet ist, welches unter serbischer Herrschaft stehen sollte. Unter den Serben wurde diese Idee im 19. Jahrhundert von Vukarazic vertreten, nach dem Prinzip, dass, wenn alle Serben Stukavisch sprechen, alle Stukavisch sprechenden Serben sind. Daher sei das gesamte Gebiet des stukavischen Dialekts ein serbisches Volksgebiet. Es wäre ähnlich zu sagen, dass, wenn Dänisch eine germanische Sprache ist, alle germanischen Sprachen im Wesentlichen Dänisch sind. Basierend auf dieser Idee, vertritt im 21. Jahrhundert der serbische Linguist Slobodan Remetic eine leicht angepasste Idee, der erklärt, dass linguistisch gesehen, die kroatische und die serbische Sprache eine Sprache seien und, dass seiner Meinung nach, diese eine Sprache serbisch sei, während alle anderen, also kroatisch, bosnisch und möglicherweise montenegrinisch, nur politische Sprachen seien. Remetic hat es bequemerweise vergessen, dass die moderne kroatische Sprache komplett verständliche und typologisch strukturell fast die gleichen Texte vom Ende des 15. Jahrhunderts besitzt, während die serbische Sprache vor dem 19. Jahrhundert nichts Ähnliches besitzt. Wenn wir seine These analysieren, ziehen wir die unvermeidliche Schlussfolgerung, dass das Kind älter ist, als der Urgroßvater. Neben dem Vergleich der kroatischen und serbischen Sprache, vergleichen wir das amerikanische und das britische Englisch, sowie Hindi mit Ordo. Diese folgenden fünf Kriterien werden wir für die Analyse verwenden. Mithilfe dieser Kriterien analysieren wir, ob amerikanisches Englisch und britisches Englisch dieselbe Sprache sind, sowie ob Hindi und Ordo dieselbe Sprache sind. Rahmen mit drei verschiedenen Farben bedeuten einen Vergleich von Sprachpaaren, das erste Paar sind kroatisch und serbisch, das andere Paar sind amerikanisch und britisch, und das dritte Paar sind Hindi und Ordo. Im Video zeigen wir die historischen Entwicklungen der kroatischen und der serbischen Sprache. Polyzentrische Standardsprachen wie Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und so weiter erfüllen fünf Kriterien. Erstens, verstehen sich die Sprecher untereinander. Zweitens, die Sprache besitzt im Laufe der Geschichte denselben Namen, den die Autoren in dieser Sprache verwendet haben. Drittens, basiert die Sprache auf demselben schriftlichen Korpus. Viertens, die Sprache hatte im Laufe der Geschichte dieselbe kulturell-kommunikative Gemeinschaft und das Sprecherbewusstsein, dieselbe Landessprache zu sprechen, abgekürzt dieselbe kulturelle Identitätsgemeinschaft. Fünftens, sie wurden im Wesentlichen am selben Ort und zur selben Zeit standardisiert. In neue linguistische SS gab der kroatische Linguist Raduslav Katicic drei Kriterien zur Unterscheidung ähnlicher Sprachen an. Genetisch-Genealogisches, typologisch-strukturelles und das Wertkriterium. Da das Wertkriterium jedoch schwer zu erklären war, wurde es kritisiert. Für das Wertkriterium wäre es präziser zu sagen, kulturell-identitäts- oder ethnisch-kulturelles Kriterium. Auf diesem Bild sehen wir die dialektale Verbreitung der kroatischen Dialekte vor der osmanischen Besetzung des kroatischen und bosnischen Territoriums, westlich des Flusses Drina. In der Zeit vom 14. bis 15. Jahrhundert bestand kroatisch aus einer Reihe von Dialekten, Kajkavish, das ist dieses lila Gebiet im Norden, Tschakavish, das ist das dunkelblaue Gebiet in der Nähe der Adria, während der Weststukavish dieses hellblaue Gebiet ist oder die aus dem Weststukavisch stammende, die in diesem Bild als grüne Fläche dargestellt ist. Der serbische Linguist Pavlejevic gab eine ähnliche Dialektverteilung an, indem wir Oststukavisch und Weststukavisch sehen können. Die Zonen 3 und 4 gehören zum Weststukavischen Dialekt, die Zonen 5 und 6 sind Oststukavisch, und obwohl er eine andere Terminologie verwendet, ist das siebte Gebiet in Iwitschs Klassifikation Proto-Torlak-Dialekt. In diesem Bild ist der rote Bereich Oststukavisch und der braune Bereich der Torlak-Dialekt, welche serbische Dialekte sind. Die osmanische Besetzung oder Eroberung störte diese Dialekt-Trennung. Für die Zwecke dieses Videos können wir folgendes kurzes und ungefähres Bild der Verbreitung der Dialekte wiedergeben, nach den Wechselspielen und der Stabilisierung in der Zeit vom Beginn des 16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, als die meisten Dialekte im Allgemeinen strukturell stabilisiert wurden. Unter Beibehaltung ihrer mittleren vorosmanischen dialektischen Merkmale, obwohl es natürlich ein kontinuierlich laufender Prozess ist, wenn wir alle Isoglossen und Strukturmerkmale berücksichtigen. Stukavisch ist in zwei Gruppen unterteilt, Altstukavisch und Neustukavisch, die bei ethnisch gemischten Dialekten ihre westliche oder östliche Herkunft widerspiegeln. Das sind moderne Stukavische Sprachen. Es sollte noch hinzugefügt werden, dass es in einigen Fällen, in manchen dieser Dialekte, wenige Sprecher anderer ethnischer Gruppen gibt, das ändert aber nichts am Gesamtbild. In der ersten Gruppe haben wir die Altstukavische Gruppe, bestehend aus Slavonischen, die hauptsächlich Ikavisch ist und zu den Kroaten gehört. Altweststukavischen, die Ijekavisch ist, gehört zu den Bosniaken und Kroaten. Altstukavischen, die Ikavisch ist, gehört zu den Serben. Altoststukavischen, die Ijekavisch ist, gehört zu den Montenegrinern, Serben und Bosniaken. Die zweite Gruppe ist Neustukavische. Stukavischikavische, gehört zu den Kroaten und Bosniaken. Neustukavischikavische, gehört zu den Serben. Und Neustukavische, welche Ijekavisch ist und zu den Serben, Montenegrinern, Kroaten und Bosniaken gehört. Oder, im Falle, wenn die kroatischen Dialekte aus Dubrovnik und Burka Kotorska in Kontakt mit serbischem und montenegrinischem neustukavischen östlicher Herkunft kommen, dieser Bereich im Bild. Im Fall von Dubrovnik sind zwei Dinge zu erwähnen. In der Poesie war die Sprache der Dubrovniker Renaissance-Literatur hauptsächlich eine stukavisch-tsukavische Mischung. Dann ab dem 17. Jahrhundert, vor allem in der Prosa, hat dieser regionale kroatische Dialekt seine tsukavischen Merkmale größtenteils im schriftlichen Korpus aufgegeben und wurde zu einem zunehmend sichtbaren weststukavisch-Ijekavischen Dialekt. Zweiter kroatischer stukavische-Jekavischer Dialekt, der den franziskanischen Autoren in Mittel- und Ostbosnien gehörte und in zahlreichen religiösen Werken vom frühen 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts erhalten geblieben ist, dieser wurde auch von bosnischen Muslimen gesprochen, wurde niemals mit dem Tsakavischen gemischt, obwohl einige seiner strukturellen Merkmale eine starke Ähnlichkeit mit dem Tsakavischen hatten, was viele Philologen zu falschen Schlussfolgerungen führte, dass Im Kapitel des Buches Sprache als Code und Sprache als soziale Realität, auf den Seiten 47 und 48, haben wir für westdeutschen Sprachen eine unterschiedliche Anzahl von Sprachen, wenn unterschiedliche Kriterien angewandt werden. Zwei Sprachen, wenn wir sie genetisch betrachten, hoch- und niederdeutsch und jädisch. Vier Sprachen, wenn wir sie typologisch-strukturell betrachten, niederländisch, hoch- und niederdeutsch und jädisch. Und drei Sprachen, niederländisch, deutsch und jädisch, wenn wir sie nach kulturellen Identitätskriterien klassifizieren. In diesem Video, wenn wir die Kriterien für die Sprachklassifizierung von Kartichitsch akzeptieren, führen und analysieren wir weitere Aspekte von Kartichitschs Wert, oder besser vom kulturellen Identitätskriterium. Wir werden zeigen, wie verschiedene Teile, die das Kriterium der kulturellen Identität beschreiben und strukturieren, einem breiteren Publikum präsentiert werden können. Das Kriterium der gegenseitigen Verständlichkeit ist nicht so relevant, da sich die gegenseitige Verständlichkeit durch Eingriffe in Standardsprachen ändern kann. Auch die gegenseitige Verständlichkeit lässt sich im kroatischen und serbischen Fall nicht auf die Vergangenheit übertragen, da die serbische Literatur vor dem 19. Jahrhundert weder mit Kenntnissen der kroatischen noch mit Kenntnissen der serbischen Standardsprache verstanden werden kann, dagegen ist die kroatische Literatur gut verständlich. Also, dieses Kriterium ist rot eingefärbt. Kroatisch und Serbisch sind im Grunde gegenseitig verständliche Sprachen, wie etwa Hindi und Urdo. Daher können wir nach diesem Kriterium eine positive Bewertung geben. Die Anzahl oder Prozentanteil der Unterschiede zwischen dem modernen Standard der kroatischen Sprache und dem modernen Standard der serbischen Sprache ist weder entscheidend noch wichtig, wichtig sind sprachliche Individualität, kulturelle Identität, Kontinuität und Geschichte, poetisch gesprochen, das Genie der Sprache, während sich moderne Linguisten mit solchen Themen im Allgemeinen nicht befassen, gab es in den letzten Jahrzehnten mehrere quantitative Analysen, meist auf graduierten Niveau und basierend auf dem Korpus der modernen Sprache. Bedenken Sie, dass in diesem Zusammenhang die Prozentsätze vor allem berücksichtigt werden sollten, zum Beispiel der genetische Beträg der Unterschied zwischen Schimpansen und modernen Menschen in ihren Genen 1,2%, Schimpansen und Menschen sind also zu 98,8% genetisch identisch. Eine 2013 durchgeführte graduierten Studie mit Methoden der quantitativen mathematischen Linguistik brachte folgende Ergebnisse. Die Korpusstichprobe hat 787.278 Vorkommen und weist einen Unterschied von 16% auf, während der Mustertext 3.437 Vorkommen aufweist und einen Unterschied von 12% ergibt. Angesichts dessen, aber auch angesichts der Tatsache, dass Unterschiede auf Syntax-Ebene, Akzentunterschiede und Phraseologie nicht in die Analyse einbezogen wurden, sollte davon ausgegangen werden, dass die Unterschiede wahrscheinlich etwa 20% betragen. Basierend auf dieser Analyse wurden etwas mehr als 50% der Unterschiede auf morphologischer Ebene entdeckt, und die zweithäufigsten sind mit 30% die lexikalischen. Am geringsten sind die Unterschiede in der Phonologie mit etwa 8% und in der Wortbildung mit etwa 6%. Syntaktische und Rechtschreibunterschiede wurden nicht analysiert. Darüber hinaus sind die meisten slawischen Sprachen untereinander in ziemlich hohem Maße verständlich, wie in diesem Video gezeigt wird, dass die Verständlichkeit der Interslawischen Sprache demonstriert, so verliert das obsessive Beharren auf Verständlichkeit als einzigem Kriterium an Bedeutung und ist kein Entscheiderfaktor mehr. Mithilfe dieses Videos können Sie überprüfen, ob Ihre slawischen Freunde die Interslawische Sprache verstehen. Wichtige Personen für diese Interslawische Sprache sind Wodech Merunka und Jan van Steenbergen. Amerikanisches und britisches Englisch als Varianten der englischen Sprache sind gegenseitig verständlich, also lassen Sie uns hier eine positive Bewertung abgeben. Für die kroatische und die serbische Sprache gab nie eine gemeinsame Sprachkultur oder ein gemeinsames Erbe. Im Fall Hindi und Urdo bezieht sich die Ähnlichkeit auf die dialektale Grundlage der Standardsprachen. Bei den indopakistanischen Sprachen war es der karibolianische Dialekt, im Falle von Kroatisch, Bosnisch und Serbisch handelte es sich um einen neustokavischen Dialekt. Aber dies ist eine dialektale Basis und keine ganze Standardsprache mit ihrer Vielfalt an funktionalen Stilen, Grammatik, Wortschatz und so weiter. Außerdem hat nur die kroatische Sprache Hatschakavisch, Stokavisch und Kaikavisch als Dialektsysteme, Serbisch und Bosnisch haben diese Dialekte nicht. Es gibt gegenseitige Verständlichkeit und einen grundlegenden Teil der Grammatik und des Vokabulars, es gab aber nie eine einzige Sprache, Serbokroatisch oder Kroatoserbisch, die angeblich einmal existierte oder sich auflöste. Wenn Sie Sprachkorpose von geschriebenen Texten haben, die 1000 Jahre alt sind und die eindeutig entweder dem Kroatischen oder dem Serbischen oder im Fall des Bosnischen 500 Jahre angehören, dann haben Sie nie eine Sprache gehabt. Sprachen können als Dialektsysteme und als Standardsprachen betrachtet werden, mit der älteren Bezeichnung Literatursprache, sofern sie über eine Schriftkultur verfügen. Die bosnische, montenegrinische, kroatische und serbische Sprache unterscheiden sich typologisch und strukturell als Dialektsysteme, im geringeren Maße bezieht sich dies jedoch auf die dialektale Grundlage von Standardsprachen. Es ist zwischen dem Dialekt- und Sprachsystem und der nationalen Standardsprache zu unterscheiden. Dies ist hier für die kroatische Sprache zu sehen. Kroatisch, montenegrinisch, serbisch und bosnisch sind als Systeme typologisch und strukturell völlig verschieden, ob man nun betrachtet, welche Dialekte und Sprachen sie umfassen, als Standardsprachen sind sie auch typologisch-strukturell unterschiedlich, jedoch in geringerem Maße, da ihre dialektale Grundlage neustokavisch ist und sich daher eine Nähe in der grammatikalischen Beschreibung ergibt. Diese Beschreibung ist jedoch für diese Sprachen nicht identisch, da die kroatische Sprache, insbesondere in den Bereichen Rechtschreibung oder Orthopädie, Morphologie, Wortbildung, Wortschatz, Phraseologie, Satzbau und Stilistik, aus westlichen neustokavischen Dialekten hervorging und sich mit Chakavischen und Kaikavischen mischte, und innerhalb des Kreises der westlichen Zivilisation profilierte die kroatische Sprache ihre eigene separate grammatikalische Beschreibung, die teilweise von kroatischen Neogrammatikern oder Befürwortern der Sprachreform von Bukkarat sich gestört wurde, aber ihre grammatikalischen normativen Lösungen wurden nur teilweise akzeptiert, und zwar entlang der Linien der historischen Entwicklung der kroatischen Sprache, während die serbische Sprache auf den östlichen neustokavischen Dialekten basiert, mit geringem Einfluss vom Tolak-Dialekt in der Standardsprache. Die Beschreibung grammatikalischer Unterschiede war beliebt, zur Zeit der klareren Unterscheidung zwischen kroatisch und serbisch, sowie des Ringens um die internationale Anerkennung der Sprache, zum Beispiel in Gubas und Kastiks 1940 erschienen im Buch Unterschiede zwischen kroatischer und serbischer Literatursprache, Dalibor Brozovic, Grammatische Aspekte der kroatischen Sprache, aus dem Jahr 1996 und aus der Sicht der großserbischer Ideologie in Pipas Buch, Südslawische Sprachen. Grammatikalische Strukturen und Funktionen, aus dem Jahr 2009, aber im Laufe der Zeit ist dieses Thema aus der Grammatik dieser Sprachen verschwunden. Die kroatische Sprache als Dialektsystem besteht aus Kaikavischen, Tschakavischen und Weststokavischen Dialekten, die serbische Sprache besteht aus Oststokavisch und Tolak, die bosnische Sprache besteht hauptsächlich aus Weststokavisch und etwas aus Oststokavisch. Die Standardisierung der kroatischen Sprache erfolgte innerhalb des westlichen Kulturkreises und unter dem Einfluss der lateinischen Grammatik. Die erste kroatische Grammatik von 1604 war stark von der lateinischen Sprache beeinflusst und das fünfsprachige kroatische Wörterbuch von 1595 hatte lateinische Wörter in der ersten Spalte. Auf diesem Bild sehen wir das kroatische Sprachsystem mit dem angedeuteten Einfluss der lateinischen Sprache. Es wird versucht, die soziolinguistische Theorie plurizentrischer oder polyzentrischer Sprachen auf diese Sprachen anzuwenden, das scheitert aber daran, dass die folgenden fünf Kriterien nicht erfüllt sind. Zunächst einmal haben wir bereits gesehen, dass sich Sprecher des Serbischen und Kroatischen verstehen, also gibt es eine positive Bewertung, ebenso wie für Sprecher des Englischen, und dasselbe gilt für Sprecher von Hindi und Ordo. Zweitens, damit die Sprache polyzentrisch ist, muss die Sprache immer denselben Namen haben. Historisch gesehen wurde Kroatisch hauptsächlich Kroatisch, Illyrisch und Slowenisch genannt, plus regionale Namen wie Slavonisch, Dubrovnisch, Bosnisch, Dalmatinisch. Im Gegensatz dazu hieß die serbische Sprache Serbisch, Slavisch, Slavisch-Serbisch und Serbo-Slavisch. Im serbischen Fall gibt es einige Beispiele, in denen die Sprache Illyrisch und im Kirchenslawischen Illyrisch heißt, das waren aber mehrere Werke aus dem späten 17. und frühen 18. Jahrhundert, die von der Kulturpolitik der Wiener Ämter beeinflusst wurden, diese Namen verschwanden bald als aufgezwungene Namen aus der Praxis der serbischen Sprache. Dies ist offensichtlich nicht der Fall bei Varianten von Englisch, Deutsch, Französisch. Lassen Sie uns den prominenten Historiker der serbischen Sprache, Alexander Mladenovic, zitieren, Der Name serbische Sprache, der sich terminologisch entweder auf die Umgangssprache oder auf die literarische Sprache der Serben beziehen würde, taucht unserer Meinung nach im serbischen Erbe als aktueller Wortschatz ziemlich spät auf, erst ab Ende des 17. Jahrhunderts. Nur eine ältere isolierte Bestätigung dieses Namens wurde aus dem Jahr 1374 gefunden, mit der Bedeutung serbische Kirchen und Schriftsprache. Sofern die Vorfahren der heutigen Serben ihre Schriftsprache benennen mussten, verwendeten sie den Namen Slawisch im Sinne der kirchenslawischen Tradition. Gemäß diesem Kriterium erhalten zwei Varianten des Englischen eine positive Not, weil es einen gebräuchlichen Namen Englisch gibt, Für Kroatisch und Serbisch vergeben wir eine negative Not für dieses Kriterium, da es, wie wir gesehen haben, keinen gemeinsamen Namen für Kroatisch und Serbisch gibt. Hindi und Urdu stammen aus Indien, von dem einige Teile historisch mit dem Namen Hindustan verbunden sind. Für Urdu und Hindi förderte die britische Verwaltung den Namen Hindustani, der sich jedoch unter den Muttersprachlern nie als dominierende Bezeichnung für die Schriftsprache durchsetzte und auch nicht Teil ihrer kulturgeschichtlichen Tradition war. Vom 13. bis 18. Jahrhundert wurden die populären Namen Hindustani, Hindi, Hindavi in der Alltagssprache verwendet, aber es gibt kein Buch oder größere Schrift, in dem die Sprache systematisch Hindustani genannt wurde, oder irgendein gebräuchlicher Name für muslimische und hinduistische Schriftsteller in welcher Schrift auch immer sie schrieben und welches Vokabular oder Grammatiksystem sie verwendeten. Wie im kroatischen und serbischen Fall, hatte die auf dem Karibuli-Dialekt basierende Sprache als Literatur und Schriftsprache in der Vorstandardzeit weder für die muslimische noch für die hinduistische ethnisch-kulturelle Gemeinschaft eine gemeinsame Bezeichnung. Der einzige wichtige Unterschied besteht darin, dass im Volksmund die Namen Hindavi und Hindustani und manchmal auch Karibuli verwendet wurden, während dies im Fall von Kroatisch und Serbisch nicht der Fall war, da Stokawisch als Begriff erst Mitte des 19. Jahrhunderts und später auftauchte. Also, als Selbstreferenz für Sprache in den schriftlichen Werken der muslimischen und hinduistischen Autoren selbst, gibt es keinen gemeinsamen Oberbegriff. Daher kann nach einem gemeinsamen Ausdruck in Hindi und Urdufall ein Fragezeichen gestellt werden. Seit Jahrhunderten gibt es weder einen gemeinsamen Namen für die kroatische und die serbische Sprache, noch einen gemeinsamen Namen, den sowohl Serben als auch Koaten akzeptieren würden. Daher haben wir hier eine negative Bewertung abgegeben, weil es keinen gemeinsamen Namen gibt. Im mündlichen und schriftlichen wurden diese Sprachen während der Standardisierung des kroatischen und serbischen im 19. Jahrhundert auch als traditionelle, vornationale und nationale Namen, illyrisch, kroatisch, serbisch, bzw. Doppelnamen, kroatisch oder serbisch, serbo-kroatisch, kroatisch-serbisch, bezeichnet, die von den Ideologen der frühen Slawistik stammen, die von verschiedenen europäischen Philologien akzeptiert wurden, deutsche, italienische, britische, russische, französische und bestanden trotz der Tatsache, dass der Doppelname in der serbischen Philologie bis 1918 nicht akzeptiert wurde, und im kroatischen Fall sehr selten, mit seltenen Ausnahmen unter Philologen serbo-kroatischer Orientierung, während unter Autoren, Historikern, Journalisten, Wissenschaftlern, meisten Linguisten und diversen anderen Kulturschaffenden, niemals. Auf die Namen der Sprachen kommen wir später zurück. Kommen wir nun zum dritten Kriterium. Um eine polyzentrische Sprache zu haben, muss man über denselben literarischen Korpus verfügen, zumindest am Anfang und für den größten Teil der geschriebenen Geschichte. Deutsche und niederländische Sprachen haben gemeinsame Texte von Anfang an, zum Beispiel im 12. und 13. Jahrhundert, dies ist aber ein vernachlässigbarer Teil ihres gemeinsamen Korpus. Im Falle der kroatischen, serbischen und bosnischen Sprache könnte das, gemeinsame, die Charta von Kolinban aus dem Jahr 1189 und eine kleine Anzahl kurzer kyrillischer Texte des Dubrovniker Büros sein, aus dem 13. bis zum 15. Jahrhundert, die vom kroatischen Linguisten Mario Götjewich erwähnt wurden, was wieder ein vernachlässigbarer Teil des gesamten Korpus ist. Gemeinsam, könnten nicht nur Teil der Texte des Dubrovniker Büros sein, sondern auch Teil der Urkunden und Briefe des alten bosnischen Staates und nach seinem Zusammenbruch Teil der Korrespondenz lokaler osmanischer Herrscher und Militärkommandanten mit Dubrovniker Beamten und einigen christlichen Militärkommandanten vom 15. bis 18. Jahrhundert. Dieser Teil des kyrillischen Materials wurde weder systematisch untersucht noch entsprechend wissenschaftlich analysiert und ein kleinerer Teil, der solide beschrieben und veröffentlicht wurde, wird oft falsch zugeschrieben, aufgrund der Verwirrung über den Namen der Sprache und wie der Linguist Götjewich feststellte, wegen den Irrtümer der frühen Slavistik. Kroatische Philologen akzeptierten oft aus Trägheit die Zuschreibung, dass die meisten dieser Briefe und Urkunden angeblich zum serbischen Rkorpus gehörten, und weil sie sich auf die weitaus umfassendere glagolitische und lateinisch-kroatische Alphabetisierung konzentrierten, vernachlässigten und versäumten sie es, diesen kleinen, aber wichtigen Teil der kroatischen Schriftkultur angemessen zu analysieren und zu beschreiben. Quantitativ ist es weniger als eine Promille der kroatischen Schriftkultur der Foreneissangse, obwohl dies für das Studium historischer Veränderungen in Morphologie und Grafematik nicht unbedeutend ist. Dies wurde erst vor kurzem, aber langsam und unzureichend korrigiert. Im Falle der englischen Sprache besteht ein riesiger gemeinsamer Korpus aus amerikanischem und britischem Englisch, Beowulf, Pierce-Progman, Texten von Chancery, Schauser, Shakespeare, Locke, Gibong, Hume, Byron, Dickens, Melville, Keats, Whitman, Lawrence, Faulkner. Heiliger Sawa, Dusans Gesetzbuch, Stefan Lazarewitsch, Dositi Obradovic, Vukaratsich, und Kroatische, Die Tafel von Baschka, Das Messbuch von Herwoje, Vatikanisch-Kroatisches Gebetbuch, Ivan Gundulic, Ivan Majuranić, haben wir zwei Sprachkorpose, die sich nicht überschneiden oder vermischen. Sie unterscheiden sich fast zu 100 Prozent, was bei der britischen und amerikanischen Version des Englischen nicht der Fall ist. Bis in die Neuzeit gab es keine Einheit in der Kommunikation zwischen der kroatischen und serbischen Sprache. Auch nicht in der Belletristik, in Wörterbüchern und in der Schule. Da die serbische Sprache Bartol Kasich, Ivan Belostenec, Ivan Majuranić, Ante Kovacic, Meroslav Kareca nicht umfasst. Nach dem gleichen Prinzip umfasst das kroatische Korpus nicht Lasa Lazarewich, Lasa Kostich, Stojan Novakovich, Milos Zernjanski. Dabei erhalten die amerikanische und die britische Version der englischen Sprache nach dem dritten Kriterium eine positive Not, während die kroatische und die serbische Version eine negative Not erhalten. Für Hindi und Urdu gibt es in der Vorstandardzeit mehrere gebräuchliche Namen unter wichtigen Sprechern und mehrere Namen Hindu, Hindustani, Haribol unter indischen muslimischen und hinduistischen Autoren. Aber diese Aufzeichnungen sind immer noch nicht mit Sicherheit möglich, im Gegensatz zu kroatisch und serbisch in das literarische Korpus von Hindi oder Urdu aufgenommen werden, außer nach dem Schreibmodus, und hier werden wir ein Fragezeichen setzen, da das ältere schriftliche Korpus von Urdu und Hindi nicht ohne vernünftigen Zweifel eindeutig nach den Gepflogenheiten der westlichen oder europäischen Philologie kanonisiert ist. Viertens, um eine polyzentrische Sprache zu haben, müssen sie die gleiche sprachlich-kulturelle Gemeinschaft von Sprechern besitzen, die die anderen Gruppen nicht nur verstehen, sondern eine kulturgeschichtliche Einheit mit ihnen bilden. Kroatischsprachige Personen gehörten nicht zur ethnischen, kulturellen und historischen Sprachgemeinschaft der Serben oder Bosnier. Die Serben bilden keine solche Gemeinschaft zu den anderen, ebenso wenig die Bosniaken. Erinnern wir uns an die Teilung des Römischen Reiches im 4. Jahrhundert, die Kirchenspaltung im 11. Jahrhundert und daran, dass Serben und Kroaten auf beiden Seiten der Drina vor 1918 nie in einem gemeinsamen Staat lebten und dass es keine größere kulturelle Kontakte bis ins 19. Jahrhundert gab. Daher erhalten Kroatisch und Serbisch für dieses Kriterium eine negative Not. Wenn wir dagegen die Kulturgeschichte der Vereinigten Staaten und Großbritanniens kennen, können wir deren Sprache für dieses Kriterium positiv bewerten. Ähnlich wäre es mit der deutschen Sprache in Österreich und Deutschland, für die es ein Erbe des Zusammenlebens im Heiligen Römischen Reich gibt, und auch wegen der gemeinsamen lutherischen Bibelübersetzung. Die Bibel in deutscher Sprache ist Teil der gemeinsamen katholischen und evangelischen literarisch-sprachlichen Geschichte. Der Slowene Prämoz Truba, der die Einzigartigkeit der kroatischen Sprache erkannte, übersetzte im 16. Jahrhundert die Bibel in Slowenische und sie wurde zur Grundlage der slowenischen Literatursprache. Der Vater der kroatischen Philologie, Bartol Kasic, begann 1625 mit der Übersetzung des Neuen Testaments ins Kroatische nach der stokawischen Stilisierung der Farben von Dubrovnik, und ab 1626 wurde er beauftragt, die gesamte Bibel zu übersetzen. 1636 wurde die gesamte Übersetzung Rom zur Genehmigung vorgelegt, aber es traten Schwierigkeiten auf, weil eine ideologische Gruppe die Übersetzung in die Landessprache ablehnte. Schließlich wurde die Übersetzung verboten, non est expedience ut imprimatur. Angesichts der Tatsache, dass Übersetzungen der Bibel in die Landessprache in vielen Nationen eine entscheidende Rolle bei der Lenkung der sprachlichen Standardisierung spielten, fügte das Verbot von Kais' Übersetzung der Bibel der späteren Entwicklung der kroatischen Literatursprache großen Schaden zu. Nach den erhaltenen Manuskripten und mit ausführlichen Expertenkommentaren wurde diese Übersetzung im Jahr 2000 veröffentlicht. Wir können folgende Zahlen betrachten, die bekannteste englische Übersetzung der Bibel, die King James Version oder die autorisierte Version, die die Form der englischen Sprache stark beeinflusste, wurde 1611 veröffentlicht, nur zwei Jahrzehnte vor Kais' Übersetzung. Diese englische Schatzkammer enthält 12143 verschiedene Wörter, ursprünglich enthält die Bibel 8674 verschiedene Hebräische und 5623 griechische Wörter. Kais' Übersetzung, die nicht vollständig erhalten ist, weil Teile des Alten Testaments fehlten, enthält etwa 20.000 verschiedene Wörter mehr als die englische autorisierte Version sowie das Original. All dies zeigt uns den sprachlichen Erfindungsreichtum und die schöpferische Pracht des Vaters der kroatischen Linguistik. Kais' Hichs meistveröffentlichtes Werk ist das römische Ritual, das bis ins 19. Jahrhundert in allen kroatischen Diözesen und Erzdiözesen, außer in Zagreb, in verschiedenen Ausgaben verwendet wurde und bis 1929 als das offizielle liturgische Buch blieb. Somit hat diese erste Übersetzung von Ritualen in eine lebendige Sprache sicherlich stark zur Bestätigung der kroatischen Literatursprache beigetragen. Während der Diskussion im Jahr 1987 übergab Professor Wladimir Horvath Kais' Hichs römisches Ritual an den serbischen Linguisten Meroslav Pantic, zu dem Pantic sagte, nun, es ist eigentlich die heutige kroatische Literatursprache, also was habt ihr Kroaten von Vuk Karacic bekommen? Horvath antwortete, danke, Kroaten haben nichts von Vuk bekommen. Und 1987 habe ich bewiesen, dass Vuk sein serbisches Wörterbuch mithilfe kroatischer Wörterbücher geschrieben hat, die ihm Janai Kopitar geliehen hat. Kopitar erhielt diese Wörterbücher vom Zagreb-Bischof Maximilian Verhovetz. Schauen wir uns die Hindi und Urdu-Sprachen an. Hindi und Urdu sind als Standardsprachen auf genetischer und typologischer Ebene praktisch gleich, aber auf der Ebene der kulturellen Identität völlig unterschiedlich. Die Differenz auf der Ebene der kulturellen Identität wird durch die Religion und insbesondere durch die Kriterien unterschiedlicher Traditionen in Schriftkultur und Literatur bestimmt. Was die literarische Tradition betrifft, so basiert Urdu mehr auf der islamischen und persischen und Hindi auf Sanskrit und der hinduistischen Literaturtradition. Angesichts dieser großen Unterschiede in der kulturellen Identitätsgemeinschaft erhalten Hindi und Urdu hier eine negative Bewertung hinsichtlich ihrer Identität. Fünftens, um eine polyzentrische Sprache zu haben, muss die Sprache im Wesentlichen am selben Ort und zur selben Zeit standardisiert werden. Ein umfangreiches literarisches Korpus der zukünftigen kroatischen Standardsprache erschien im sechzehnten Jahrhundert, das Wörterbuch von Faust Franschisch wurde 1595 gedruckt. Und die systematische Standardisierung begann mit der Grammatik von Bartol Karschisch aus dem Jahr 1604, dem römischen Ritual von Karschisch aus dem Jahr 1640, dem Wörterbuch von Jakov Mikalja aus dem Jahr 1649, und implizit mit religiösen Texten aus Bosnien, der Republik Dubrovnik und Südkroatien, zum Beispiel Mateja Divkovic, sowie verschiedenen Dozenten und Evangelisten aus Dalmatien. Im 18. Jahrhundert erweiterte sich der Korpus des geschriebenen Wortes auf das gesamte nordkroatische Gebiet, einschließlich Slavonien, und den sogenannten Kreis der Buda-Franziskaner in Batschka und Südungarn, beeinflusste die drei nordwestkroatischen Gespannschaften und endete im 19. Jahrhundert. 1830 begründete Ludewitt gar in seinem Werk eine kurze Grundlage der kroatisch-slavonischen Rechtschreibung, das moderne kroatische Alphabet, dessen einziger Zusatz der Buchstabe war, den Ciuro Danicic 1892 von DJ änderte. Im Jahr 1832 veröffentlichte Kaikavianer Jivan Derkos sein Werk in lateinischer Sprache »Geist der Heimat über seinen schlafenden Söhnen«, das zur Wahl des stokavischen Dialekts als Grundlage für die moderne kroatische Standardsprache beitrug, da Kaikavianer in Nordkroatien und Schakavianer und Stokavianer in anderen Teilen Kroatiens eine mystische Liebe verbindet. Diese mystische Liebe existierte seit religiöse Bücher aus Dalmatien in die Kaikavischen Teile Kroatiens gebracht und in Kaikavisch stilisiert wurden, wie der kroatische Philologe Vatroslav Jagic später entdeckte. Kroaten in Dubrovnik waren auch für den stokavischen Dialekt als Grundlage des modernen kroatischen Sprachstandards. Lassen Sie uns einige Werke auflisten. Bartol Kasich Grammatik der illyrischen Sprache von 1604 Jakov Mikalja Der Schatz der slowenischen Sprache 1649 Juraj Habdelic Diktionario 1670 Adelio della Bella Wörterbuch 1728 Ivan Belostinet Diktionario 1740 Joachim Stulli Riex Osloxie 1805 Ivan Maju Anic und Jakov Uzzarevic Deutsch-Lirische Wörterbuch 1842 Bogoslav Schulek Wörterbuch der wissenschaftlichen Terminologie 1875 Tomislav Maretis Geschichte der kroatischen Rechtschreibung in lateinischen Buchstaben 1889 Ivan Brods, kroatische Rechtschreibung 1892 Tomislav Maretis Grammatik und Stilistik der kroatischen oder serbischen Literatursprache 1899 Tomislav Maretis Grammatik der kroatischen Sprache 1901 Die Standardisierung der serbischen Sprache begann im 18. Jahrhundert mit Werken von Avramovic, Alexi Vizilic und Obradovic und endete im 19. Jahrhundert mit Schriften von Vukka Ratzich und Juro Danicic, ein Prozess, der vom serbischen Philologen Pavlejevic in der Übersicht über die Geschichte der serbischen Sprache beschrieben wurde. Nach den Standardisierungskriterien erhalten die kroatische und die serbische Sprache eine negative Not. Nach den gleichen Kriterien werden zwei Varianten des Englischen positiv bewertet. Die auf dem karibolischen Dialekt basierende indopakistanische Vorstandardsprache wurde in einem Prozess im Sultanat Delhi standardisiert, der im Mogulreich und in Britisch-Indien andauerte, und die Namen für diese Sprachen waren Hindi, Hindustani, Hindavi. Diese Sprache war für fast ganz Indien zur Verkehrssprache geworden. In dieser Sprache, die der Oberbegriff für das moderne Urdo und Hindi war, wurde die Standardisierung von Urdo im 18. Jahrhundert abgeschlossen. Danach wurde die Hindi-Sprache in dieser Tradition im 19. Jahrhundert standardisiert, sodass nach diesem Kriterium diese beiden Sprachen, Urdo und Hindi, eine negative Bewertung erhalten. Also, vier der fünf Kriterien weisen darauf hin, dass kroatisch und serbisch unterschiedliche Sprachen sind und keine Varianten einer Sprache. Wir können dieses Buch in englischer Sprache empfehlen, welches sich mit der kroatischen Sprache befasst und einen Artikel enthält, der sich mit der Beziehung zwischen der kroatischen und der serbischen Sprache befasst. Es wurde herausgegeben von der kroatischen Studienstiftung und der Stiftung für das kroatische Erbe, Folia Kroatica Canadiana, Venko Grubisic, Institut für Germanische und Slawische Sprachen und Literatur, University of Waterloo, Ontario, Kanada. Es gibt keine Übersicht von Büchern in englischer Sprache, die in der Vergangenheit, die Entwicklung der kroatischen und serbischen Sprache professionell beschreiben. Für kroatisch haben wir sechs Bände Geschichte der kroatischen Sprache, in kroatisch, aber mit Zusammenfassungen in englisch, auch Werke von Milan Moguš, Geschichte der kroatischen Sprache, nach einem gemeinsamen Standard, Miro Kachic, kroatische und serbische Irrtümer und Verzerrungen, sowie die Veröffentlichung der kroatischen Akademie der Wissenschaften und Künste Kroatien und Europa. Bisher sind drei Bände in englischer Übersetzung erschienen, Kroatien im frühen Mittelalter, Kroatien im späten Mittelalter und der Renaissance, Kroatien im barock Zeitalter und im Zeitalter der Aufklärung. Die Geschichte der serbischen Sprache wird im nächsten Buch des serbischen Kulturerbes vorgestellt. Geschichte der serbischen Kultur Lassen Sie uns dieses Video abschließen. Einer der angesehensten kroatischen Linguisten und Intellektuellen ist Raduslav Katičić. 1991 stellte Katičić fest, dass mehr als 80% der Muslime in Bosnien angaben, ihre Sprache sei Bosnisch, obwohl sie wussten, dass die Regierung Serbo-Kroatisch als ihre Sprache wählen wollte, für Katičić war es ein klarer Beweis dafür, dass es die bosniakische Sprache gibt. Für Kroaten ist jedoch die bosniakische Sprache akzeptabel, nicht aber Bosnisch, da Kroaten und Serben in Bosnien diese Sprache nicht teilen, und der Name Bosnisch dies implizieren würde, dies aufgrund der Tatsache, dass der Name Bosnien oft als Kurzbezeichnung für Teile oder ganz Bosnien und Herzegowina verwendet wird. Bosniaken nennen ihre Literatur zumindest teilweise bosniakische Literatur. Jugoslawische Nationalisten wie Sniachana Kodisch predigen, dass Serbisch, Kroatisch, Bosnisch und Montenegrinisch dieselbe Sprache seien und dass der Name für diese Sprache Serbo-Kroatisch sein sollte, während einige jugoslawische Nationalisten und serbo-Kroatische Ideologen den Namen Naschki wollen, was auf Englisch aus, unsere, bedeutet. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine serbo-Kroatische Sprache gibt, dann wäre die erste Grammatik dieser angeblich existierenden Sprache, die Grammatik von Bartol Kasic. Aber da er Katholik, Jesuit und Schakavianer war, wäre das etwas, was kein Serbe akzeptieren könnte, wie Radoslav Katicic sagte, es ist eine Frage für Serben, die tiefer als die Politik sei und impliziere, dass sie im Wesentlichen Teil erben der kroatischen sprachlichen und kulturellen Tradition sind, was für Serben emotional inakzeptabel ist. Katicic schrieb auch in einer Sprache, die Serben heute in Bezug auf ältere serbische Literatur verstehen. Diese Tatsache ist unumstritten aber für die serbische kulturelle Identität undenkbar, wie wir auch erwähnt haben, muss Kasics Rolle als erste und zentrale Figur für alle auf Stokavisch basierenden Sprachen abgelehnt, vergessen oder an den Rand gedrängt und Vukkarat sich unkritisch erhoben werden. Daher darf es für serbische Ideologen und die Kulturgemeinschaft, Kroatisch, Bosnisch und Montenegrinisch nicht geben, alle, die Stokavisch sprechen, müssen für sie ethnische Serben sein, das würde nur Kroaten ausschließen, die Tchakavisch und Kaikavisch sprechen. Sonst würde das gesamte serbische Selbstbild eine kulturelle Identitätskrise durchmachen, denn grob gesagt, ist die serbische Sprache nur ein später und vereinfachter Ableger der kroatischen Sprache. Natürlich würde eine solche Position, den Zusammenbruch des gesamten Bauwerks der Groß-Serbien-Ideologie verursachen. Diese modernen neustokavischen Sprachen sind im Allgemeinen gegenseitig verständlich, da sie auf ähnlichen, wenn auch leicht unterschiedlichen neustokavischen Dialekten, mit einem gemeinsamen Grundwortschatz und einer gemeinsamen Grammatik basieren. Im Falle des Kroatischen beeinflusst ihre westliche neustokavische Achse jedoch ständig andere kroatische Dialekte, nämlich Tchakavisch und Kaikavisch, während im Falle des Serbischen die oststokavische Basis vom Tolak-Dialekt beeinflusst wird. Darüber hinaus sind Kroatisch und Serbisch aufgrund vieler Faktoren immer noch verständlich, einer davon ist die serbokroatische Sprachpolitik, die diese Sprachen seit mehr als 70 Jahren künstlich zusammenführt, mit der Absicht, sie endlich zu einer Sprache zu verschmelzen. Doch diese Politik des Serbokroatischen, wie sie der deutsche Slavist Leopold Auburga nannte, blieb jedoch aufgrund der starken Individualität und ethnisch-kulturellen Identität beider Sprachen erfolglos. Das Argument der gegenseitigen Verständlichkeit ist sowohl wegen des Reduktionismus als auch wegen der Unmöglichkeit der Quantifizierung machtlos, weil Sprache mehr ist als das Verstehen anderer ähnlicher Sprachen, die von Gesprächspartnern gesprochen werden, und da die Individualität der Sprache in allen funktionalen Stilen dargestellt wird, in administrativen, wissenschaftlichen, journalistischen, sowie in grammatikalischen Merkmalen, von der Morphologie bis zur Syntax und mehr. Und insbesondere in Bezug auf die wissenschaftliche, technische, religiöse und zivilisatorische Terminologie. Die gegenseitige Verständlichkeit ist kein konstanter Parameter, da sie sich im Laufe der Zeit ändert und im Falle des Kroatischen und Serbischen ist im Allgemeinen hauptsächlich auf die alltägliche, umgangssprachliche Sprache beschränkt und nimmt mit dem Grad der Spezialisierung und Intellektualisierung des Wortschatzes ab, insbesondere in Fällen, in denen Kroatisch seinem grundlegenden Merkmal, dem Purismus, folgt die sprachliche Reinheit, die in allen Bereichen der Kultur und Zivilisation kroatisch-schlawisch verwurzelte Neologismen gegenüber dem internationalistischen Wörterbuch lateinischen Ursprungs im Bereich der Kultur und der Zivilisation bevorzugt. Außerdem ist die Verständlichkeit im Laufe der Zeit und Bildung und sogar während des Lebens eines Individuums variabel und kann nicht genau gemessen werden. In Anbetracht dessen, werden wir dieses grüne Etikett durch ein orangefarbenes Etikett ersetzen, um auf diesen Zustand hinzuweisen, zumal kleine Sprachunterschiede gefährlicher sind als große, für alle sichtbare Unterschiede. Um zu verstehen, was Kaikavisch, Stokavisch und Chakavisch für die kroatische Sprache bedeuten, vergleicht man es am besten mit der griechischen Trinität aus Ionisch, Dorisch und Antike, wo Geschichte in jüngerer ionischer, aber auch europäischer Literatur geschrieben wurde, Herodotswerke sind in Ionisch, Chortexte in dorischer Sprache und Tragödie in Antik geschrieben. Das Alte Testament wurde ins griechische Keune übersetzt, eine allgemein akzeptierte Form des Griechischen, die auf der antiken Sprache basiert, die nach der Eroberung durch Alexander den Großen entstand. Diese stilisierte griechische Sprache, die in der hellenistischen Welt vorherrschend war, war die Sprache, in der das Neue Testament geschrieben wurde. Jeder dieser griechischen Dialekte hat großen Einfluss und Wert durch die Literatur, vergleichbar mit der kroatischen Literatur in allen Dialekten, zum Beispiel diese beiden Kaikavischen und Chakavischen Meisterwerke, die im 20. Jahrhundert geschrieben wurden. Die kroatische Dialektrinität ist daher der griechischen Dialektrinität ähnlicher, verglichen mit Dialektsystemen in anderen europäischen Sprachen. Der Unterschied zur griechischen Trinität besteht darin, dass Teile der kroatischen Trinität nicht mit bestimmten literarischen Gattungen verbunden sind. Was die meisten gewöhnlichen Menschen und erstaunlicherweise nicht einmal viele Linguisten verstehen, ist folgendes, Sprache kann als System von Dialekten und als Standardsprache studiert werden. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Kroatisch, Serbisch, Bosnisch und Montenegrenisch unterscheiden sich als Dialektsysteme, wie an anderer Stelle gezeigt wird. Und der Punkt ist, dass sie sich offensichtlich auch als Standardsprachen unterscheiden. Obwohl alle die Sprachen auf neustuckawischen Dialekten basieren, die, wie wir gesehen haben, nahe, aber auch unterschiedliche Varianten vom neustuckawischen, westlichen oder östlichen Ursprungs sind, was sich in Phonologie, Morphologie, Wortschatz und Syntax widerspiegelt, dieses neustuckawische Basis beschreibt keine dieser Sprachen als kodifizierte Struktur. Diese dialektale Basis, oder nahe Basis, besteht aus grundlegender Grammatik und dem Wortschatz. Somit sind die neustuckawischen Grundlagen der vier Sprachen, die die elementare morphosyntaktische Basis und den Wortschatz liefern, fast gleich oder sehr ähnlich. Aber der Überbau aus kodifizierter Morphologie, Syntax, Lexik, Wortbildung, Phraseologie, Stilistik und Semantik ist deutlich unterschiedlich, unterschiedlich aufgrund verschiedener Kulturgeschichten und verschiedener ethnisch bedingter dialektaler Berührungen, was zu getrennten, individualisierten Literatur und Standardsprachen führte. Standardsprachen können mit Häusern verglichen werden, die auf einem ähnlichen oder sogar genau demselben Fundament gebaut wurden, was übrigens nicht der Fall ist. Eines der zwei oder drei Häuser kann einstöckig sein, das zweite zweistöckig, das dritte einstöckig mit Dachgeschoss und so weiter. Drei oder eine beliebige andere Anzahl von Häusern können sechs, zehn oder sechzehn Fenster, unterschiedliche Farben, unterschiedliche Arten von architektonischen Lösungen und unterschiedliche Anzahl von Zimmern, Bädern, Küchen und so weiter haben. Da ein Bild mehr als tausend Worte sagt, zeigen wir zwei christliche Kathedralen, die auf fast der gleichen Fläche, 5000 Quadratmeter, errichtet wurden. Eine ist in England erbaut und ist anglo-katholisch, die andere befindet sich in Rumänien und gehört der rumänisch-orthodoxen Kirche an. Die englische Kathedrale oder Kathedrale der heiligen Jungfrau Maria von Lincoln ist dies, während die Kathedrale der Erlösung des rumänischen Volkes dies ist, das Fundament hat, wenn wir es messen, praktisch die gleiche Quadratmeterzahl, und doch unterscheiden sich die Aufbauten von Gebäuden deutlich. Obwohl die neustokavische Basis für das Verständnis dieser Sprachen und ihre gegenseitige Verständlichkeit grundlegend sein mag, ist sie einfach nur ein Segment. Die Standardsprache ist ein Überbau, und die dialektale Basis ist die Grundlage, oder im Fall von Kroatisch und Serbisch nur eine sehr ähnliche Grundlage. Superstrukturen haben eine sehr sichtbare Individualität und Identität, die unterschiedliche Namen für Serbisch und Kroatisch, einen anderen literarischen Korpus und eine andere Standardisierungsgeschichte umfassen. Nach unseren Kriterien sind Hindi und Urdo unterschiedliche Sprachen, und amerikanisches Englisch und britisches Englisch sind nach allen fünf Kriterien, Varianten derselben Sprache. Dieses Video ist Jivan Derkos gewidmet.